So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Das ist das erste Mal jetzt, dass ich was mit dem iPhone vom Sven Günther, also vom Bowling Ball, aufnehmen möchte. Normalerweise ist Mondag ja immer Max Out Monday, da maxen wir ja immer irgendwie ein paar Pokémon auf Level 50 und nehmen Wünsche an aus der Community, was man mal maxen soll. Heute aber nicht, denn ich muss noch schnell was machen, bevor das nächste Event morgen schon wieder losgeht und Raid-Bosse wechseln und alles. Ihr könnt aber trotzdem noch Vorschläge für die nächste Max Out Monday Folge, wohl dann am nächsten Montag kommend, posten unter die letzte Folge vom letzten Montag. Wem also noch was eingefallen ist für Max Out Monday, könnt ihr das gerne noch unter das letzte Max Out Monday kommentieren, denn ich werde mich in der nächsten Max Out Monday Folge auf die letzte Max Out Monday Folge berufen, beziehen und werde da aus den Kommentaren heraus dann wieder mir was raussuchen, was man maxen kann. In der Reihenfolge natürlich, wie es gepostet wurde und wie es möglich ist. Jetzt wollen wir aber ein bisschen in der Alola-Region rumpushen, entwickeln, Pokédex-Einträge holen und ich habe irgendwie ein Problem mit der Audio-Übertragung hier, dass ein Button nicht da ist, der sonst bei der Spiegelung immer da ist, dass man den Ton abstellen kann. Geht jetzt nicht, ich weiß nicht warum, ich habe mal Power Mirror angeschrieben, warum das bei iOS plötzlich weg ist, wenn es bei Android noch da ist, aber bei einem anderen iOS ist es da. Also schon wieder Technik, blickst du dich durch, keine Ahnung. Ich möchte mir also heute die fehlenden Alola-Pokédex-Einträge holen, die ich jetzt noch nicht habe. Es war ein großes Alola-Festival da, ein Event, wo die Alola-Starter natürlich vermehrt gespawnt sind. Wir wollen jetzt einfach mal hier rein, drücken mal auf Pokédex und es ist einfach total ungewohnt, weil ich die ganze Zeit den Sound jetzt auf den Ohren habe und brechend laut, was mich ein bisschen irritiert. Das habe ich sonst einfach nicht so. Wir drücken jetzt einmal hier auf Alola, sehen, wir haben schon vieles gesehen, aber selber noch nichts entwickelt. Und das möchte ich jetzt nachholen und ihr wisst, wie ich bin. Ich möchte immer männlich, ich möchte weiblich und ich möchte Lucky im Pokédex verewigen. Wer also jetzt hier mal rüberschaut bei Baut, seht ihr, männlich-weiblich ist ausgefüllt. Lucky-Hintergrund ist auch da. Wenn wir hier weitergehen, Arboretos, habe ich weder männlich noch weiblich noch Lucky. Und hier Silvaro habe ich auch nichts. Wir gehen also jetzt erstmal hier drauf, bei Bauts, gehen auf alle Bauts anzeigen. Und dann werden wir erstmal eins nehmen, was Lucky ist. Wir werden das durchentwickeln, sodass der Lucky-Dex sich füllt im Hintergrund. Und gleichzeitig gucken wir natürlich, das ist ein männliches, dass wir dann noch ein weibliches nehmen und auch durchentwickeln, dass alle Einträge vollständig sind. Wir werden dieses Bauts jetzt erstmal hier entwickeln, gucken uns das an. Oh, das ist so komisch, so ungewohnt. Normalerweise höre ich nie das, was ihr hört. Vom Telefon direkt. Jetzt höre ich es komischerweise trotzdem. Total, ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Kann man auch schlecht erklären jetzt, was ich meine. Wir haben also Arboretos als männliches. Müssen noch einmal drücken und holen uns die Endentwicklung. Der Ton kratzt auch ein bisschen, glaube ich. Normalerweise habe ich nur den Ton vom Handy, was jetzt hier neben mir liegt. Wenn ich es laut mache, dass es hier im Raum der Ton ist und gleichzeitig hier von euch aufgenommen wird. Und jetzt überträgt diese Bildschirmübertragungs-App den Ton irgendwie direkt in meinen Kopf rein. Über die Kopfhörer, das ist total ungewohnt. Silvaro. So. Und das kann ich euch zeigen, wie das dann aussieht. Dann ist jetzt hier der Hintergrund auch gefüllt mit Lucky und natürlich auch das Männliche da. Wir brauchen aber noch ein weibliches. Deswegen gehen wir jetzt zurück. Und suchen uns ein weibliches Bautz. Das ist ein Männchen, 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 das ist ein Weibchen. Also das werden wir jetzt auch zweimal entwickeln. Dann haben wir Bautz auf jeden Fall schon komplett abgeschlossen. Ich stehe auch schon wieder unter Zeitruck. Wir müssen nämlich gleich noch los in die Werkstatt. Wir müssen nochmal wegen Auto gucken. Dagegen letztens ist was angegangen. Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Einkaufen muss ich auch noch. Breaking Bad wollte ich noch ein paar Folgen schauen heute. Entwickeln das also auch einmal durch. Baut es an sich finde ich eigentlich. Sieht ganz cool aus. Aber mit der Endentwicklung kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Weiß ich nicht. Silvaro. Ist vielleicht elegant irgendwie irgendwo. Aber haut mich jetzt nicht vom Sockel. Hier Silvaro. Ihr seht männlich weiblich ist ausgefüllt. Lucky ist auch ausgefüllt. Wenn wir hier vorgehen ist das jetzt erstmal komplett. Das sieht gut aus. Flamjau dann das nächste. Männlich weiblich ist hier drin Lucky. Rest ist nicht. Ich brauche also wieder männlich. Ich brauche weiblich. Und ich brauche Lucky. Das können wir uns jetzt aber holen. Wenn wir hier drauf gehen alle Flamjau anzeigen. Nehmen uns wieder ein Lucky Flamjau. Entwickeln das jetzt wieder durch. Ich hätte ja auch einfach den Ton komplett ausstellen können. Dann würde man gar nichts hören. Mi Zunder. Dann wird es aber auf jeden Fall. Na ja dann wird es wahrscheinlich langweilig wirken. Wenn einfach alles weg ist. Komischerweise dadurch dass der Ton da ist. Hängt es jetzt trotzdem mehr als gestern. Vielleicht liegt es auch einfach weil es jetzt WLAN und Bildschirmübertragung. Das kommt damit einfach nicht klar. Aber so richtig perfekt ist das alles noch nicht. Bin ich eigentlich anders gewohnt. Mit Zunder sah schon mal gut aus. Fuegro sieht verdammt gut aus. Gefällt mir also bis jetzt irgendwie am besten. Hat irgendwas von einem Wrestler mit einem Gürtel. Mit einem brennenden Gürtel aus Flammen. Das ist heftig. Ist jetzt auch wieder ein männliches. Das heißt. Das heißt wir brauchen wieder ein weibliches Flamiau. Männlich, männlich, weiblich. Und können dieses Flamiau jetzt durchentwickeln. Zum Fuegro. Diesem Feuerdrachen die es da gibt zu naschen. Dann haben wir auch Mann, Frau und Lucky abgeschlossen. Ich weiß nicht ob ihr das auch immer so macht. Sammelt ihr den Lucky Decks? Versucht ihr immer jedes Pokémon als Lucky zu bekommen? Oder sagt ihr, nee das ist uns eigentlich komplett egal? Versucht ihr immer männlich, weiblich zu bekommen? Oder sagt ihr, das ist mir auch egal? Ich nehme eins und das mit den besten EV entwickle ich durch. Unabhängig davon ob das männlich, weiblich oder Lucky ist. Jeder macht das anders. Für mich ist das aber immer das Ziel. den Gendadex, man nennt es Gendadex glaube ich, den Gendadex voll zu haben und den Lucky Decks voll zu haben. Ihr seht jetzt, es hat also geklappt. Hier männlich, weiblich eingetragen, männlich, weiblich eingetragen, männlich, weiblich eingetragen und der Hintergrund leuchtet auch. Robbal, der nächste Starter. Hier ist männlich, weiblich, Lucky da. Aber wir müssen einen Lucky noch durchentwickeln. Und dann natürlich auch männlich, weiblich noch durchentwickeln. Und es kommt wieder darauf an, welches Geschlecht das Lucky hat. Das ist auch wieder ein männliches. Das heißt, wir müssen uns dann auch wieder ein Weibchen suchen. Das sind alles Pokémon, zu denen ich null Bezug habe, von denen ich nichts weiß, mit denen ich mich nicht auskenne. Mach ich keck. So ein richtiger keck mit... Joa, es sieht halt sehr... voll süß aus. Müssen wir mal dazu sagen. Hauen wir mal hier noch rein. Hauen wir mal durch, wie es einmal über den Boden wischt. Mit seinem Po. Joa, warum nicht? Robbal, mach ich keck. Und irgendwas mit Mähne, Prima-Rene, Prima-Rene. Sieht aus wie Ariel, die Meerjungfrau. War jetzt also auch ein männliches. Wir suchen also jetzt wieder ein weibliches Robbal. Männlein, 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 Weiblein. Das wird auch durchentwickelt. Für alle nochmal. Ich bin mit Generation 1 aufgewachsen. Und danach kann ich gar keine Generation mehr, weil ich kein absoluter Pokémon-Freak war, das nicht so verfolgt habe. Ich lerne durch Pokémon Go eben jetzt erst alles kennen. Diese ganzen Pokémon, diese ganzen Generationen. Alles, was da auf einen zukommt. Auch die ganzen Kapus sind neu. Kapuriki. Und die anderen drei, die noch fehlen. Deswegen weiß ich immer nicht, sind die gut, sind die schlecht? Was sind das für Typen? Was ist da gut? Also ich lerne. Und ihr fragt mich. Und ich sage, ich weiß es selber nicht. Wir müssen gemeinsam da durch. Und ich lerne dann eben auch von euch dabei. Aber das finde ich ja eben gerade so gut, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Jetzt haben wir hier wieder männlich-weiblich. Wir haben das Lucky dabei. Pebek haben wir auch männlich-weiblich. Müssen wir auch komplett durchentwickeln, das Lucky. Und dann eben das Gegengeschlecht. Hier haben wir wieder ein Lucky dabei. Das ist diesmal ein weibliches. Das heißt, diesmal müssen wir nur das Männliche dann raussuchen. Ah, die hast du gerade was runtergeworfen. Boah, da zieht sich irgendwie diese Entwicklungen. Ein Trompec. Tramp. Tromp. Trompec. Ein Trompec registriert. Und das sieht dann aus wie ein... Was ist das dann? Ein Pelikan. Ein Tukan. Ein irgendwas. Irgendwas mit Ahn hinten dran. Der sieht auf jeden Fall genial aus. Den hätte ich mir eigentlich als Starter gewünscht. Wenn das ein Starter wäre mit Entenentwicklung so, hätte ich den auf jeden Fall mega gefeiert. Guck dir den Schnabel an und vor allem wie der Schnabel auch leuchtet. Er ist ein Tukan, natürlich. Deswegen heißt es Tukanon. Sieht aus wie ein Eis zum Schlecken. Wir haben jetzt hier das weibliche. Wir brauchen also jetzt das männliche. Das ist ein männliches. Das heißt, das können wir durchentwickeln einmal noch. Von Pebec. Sieht auf jeden Fall genial aus. Muss ich sagen. Das gefällt mir vom Design her irgendwie mit am besten. Zusammen mit Fuego und Flamiau. Den anderen kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Obwohl Bautz halt sehr beliebt ist. Noch einmal drücken hier. So, bitteschön. Ein was habe ich dabei. Da weiß ich jetzt auf jeden Fall schon, dass ich ganz viele Sonderbombombs ausgeben muss. Aber ich habe ja in letzter Zeit eh wieder viel geradet. Das dürfte also kein Problem sein. Tukanon. Bitteschön. 2420. Ich glaube, Hayretin wird das gleich nehmen. Und für die Hyperliga. Jetzt haben wir hier auch wieder. Drei. Dabei. Passt. Gehen wir hier. Magunior. Da habe ich, glaube ich, schon einen entwickelt, weil ich das für die Aufgabe entwickeln musste. Da habe ich, glaube ich, einen Shiny entwickelt. Uns fehlt trotzdem noch das Lucky. Und uns fehlt ein männliches. Wir gehen also noch einmal hier drauf. Wo ist das Lucky? Hier ist das Lucky. Das Lucky ist leider weiblich. Das heißt, wir müssen danach trotzdem noch ein männliches entwickeln. Das Trump-Pokémon, wie alle immer sagen. Jetzt steht es auch da mit den Händen auf dem Rücken. Manguspektor. 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 Männlich. Männlich, männlich, männlich. Wir brauchen ein männliches. Das ist männlich. Das können wir also entwickeln. Shiny brauche ich nicht mehr jetzt. Habt ihr einen Shiny? Markus bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. War auch ein Pokémon, was irgendwie sehr beliebt ist, würde ich sagen. Oder was irgendeinen Meme-Faktor hat. Manguspektor. Guck. Guck dir den an. Guck dir es an. Das ist ein Nackenhaar. Guck dir alles andere an. Wenn wir jetzt zurückgehen, können wir hier dann also auch gucken. Manguspektor. Jetzt hab ich's verkackt. Gehen wir nochmal hier drauf. Auf Magunior. Männlich, weiblich, shiny, alles da. Männlich, weiblich da. Ich hab doch kein Lucky entwickelt. Alle Manguspektor-Anzeigen. Nee, hab ich nicht. Dann entwickeln wir einfach noch ein Shiny mit dazu, oder? Jetzt hab ich's komplett. Mangu. Das. Männlich. Das. Männlich. Ähm. Das ist auch männlich. Das ist auch männlich. Ist das? Das ist auch männlich. Alle männlich. Dann egal. Dann nehmen wir einfach das Größte, was wir haben von denen. Und entwickeln das auch noch. Dann haben wir nämlich den Shiny-Eintrag auch gleich weg. Werdet ihr gleich sehen, wie das aussieht. Ich fühle mich heute wirklich, als würde ich das erste Mal hier sitzen. Oder als wäre ich auf der Baustelle. Keine Ahnung. Das sieht anders aus. Das fühlt sich anders an. Das hört sich anders an. Alles voll verworren. Mango Spektor. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, müsste es jetzt aber angezeigt sein, dass hier männlich, weiblich, shiny, lucky, alles ausgefüllt ist. Dann haben wir Wuffels. Wuffels auch. Eine Sache für sich. Oh mein Gott. Wolverock. Da muss ich auf jeden Fall... Wir gehen erstmal auf Wuffels. Wir gehen erstmal auf alle Wuffels-Anzeigen. Da weiß ich ja, dass ich hier... Ähm... Erstmal das Lucky entwickeln muss. Weil es tagsüber ist, können wir sowieso nur das entwickeln. Die Tagform. Wir können jetzt nicht die Nachtform machen, aber... Sobald irgendein Lucky entwickelt ist, ist das ja eh wurscht. Das zählt ja dann für beide. Das ist ja nicht extra aufgegliedert. Wenn der Hintergrund passt. Ein Wolverock. In der Tagform. Ein normales als Lucky. Was eben ein... Ein... Ein weibliches ist. Das heißt, wir vielleicht ein männliches shiny entwickeln. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist ein weibliches. Das ist ein männliches. Das ist auch ein weibliches. Ähm... Nehmen wir mal das. Dann brauche ich jetzt aber schon Bonbons, die ich umwandeln muss. Sonderbonbons. Machen wir mal 50 Stück. Hauen die drauf. Entwickeln nochmal. Das eine habe ich glaube ich als Short-Video hochgeladen, wie ich die Nachtform entwickelt habe. Von dem shiny heraus. Und alle sagen zwar, okay, du brauchst ein shiny Wuffels und zwei andere noch für Tag- und Nachtform. Wer jetzt schon vorarbeiten möchte, der müsste sich trotzdem noch ein Viertes organisieren. Habe ich dann auch für die Zwiespaltform, die auch noch irgendwie kommt. Jetzt haben wir hier das shiny. Finde ich aber eigentlich jetzt nicht so spektakulär. Fand ich das normale irgendwie cooler. Jetzt guckt man nochmal hier rein. Wir haben die Tagform also in männlich, in weiblich. Die Nachtform in männlich, in weiblich. Wir haben den Hintergrund ausgefüllt. Das heißt, wir haben eigentlich alles. Das würde auch passen vom Eintrag her. Zwielichtform gibt es noch nicht. Wir haben Kurelei. In männlich und weiblich. Und in Lucky. Und Miniras fehlt. Wir brauchen Miniras auch. Männlich. Weiblich. Und Lucky. Miniras wird jetzt das größte Problem sein. Schauen wir mal kurz hier rein. Wir haben hier ein Lucky. Das Lucky ist weiblich. Wir versuchen das jetzt erstmal einmal zu entwickeln. Das Lucky. Weibliche. Durchentwickeln. Mit seinem gelben Herz auf dem Kopf. Das ist dann auch das letzte Pokémon für die Folge. Dann müssten wir auf dem aktuellen Stand wieder sein. Mediras. Okay. Pogedeckseintrag. Andere hätten jetzt ein Ei dafür angemacht. Für alles. Und jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt braucht man nämlich 100 Bonbons. Ah. Das heißt, wir müssen nochmal hier rein. Müssen nochmal umwandeln. Bis wir wieder 100 Stück haben. So. Einmal so. Einmal so. Man könnte natürlich warten, bis man irgendwann noch ein paar ausgebrütet hat oder gefangen hat. Dann würde man sich die Sonderbonbons sparen. Aber meistens weiß ich eh nicht, wohin wir den Sonderbonbons. Wenn auf den legendären immer so 500 Stück schlummern. Und alle anderen Einträge da sind. Deswegen nehme ich mir jetzt mal die Freiheit raus, das so zu machen. Euch würde ich dringend davon abraten. Wenn ihr nicht so viele Sonderbonbons habt, steckt das lieber in irgendwelche anderen Pokémon, die ihr noch nützlich braucht. Also weiblich. Lucky. Das heißt, wir brauchen noch ein männliches. Das ist männlich. Das ist auch männlich. Wir würden das hier noch hochziehen und wandeln jetzt gleich nochmal 124 Bonbons um. Normal brauchen wir 125. Aber 124 reichen. Wer das noch nicht wusste. Da man ja, wenn man die erste Stufe entwickelt, durch das Entwickeln irgendwie ein Bonbon geschenkt bekommt. Das heißt, ich verbrauche jetzt 25. Hab danach aber trotzdem genau 100 übrig statt 99. Weil ich durch das Entwickeln jetzt eins dazu bekomme. Wieder. Ist bestimmt was, was trotzdem noch nicht allen klar war. Kann man ja nochmal ansprechen. Zur Sicherheit. Und dann müsste das genau aufgehen, dass jetzt auch das männliche, das weibliche und das Lucky da ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste alles, hier genau 100 Bonbons übrig, müsste ich dann wirklich wieder alle als Lucky haben. Alle, die verfügbar sind momentan im Lucky Decks. Gibt's noch jemanden aus der Community, der das so extrem sammelt und der wirklich immer schaut, dass er jedes Pokémon als Lucky auch im Decks registriert hat, dass der schön ausgefüllt ist. Und schreibt's mal in die Kommentare, schreibt's mal rein, was ihr so sammelt, auf was ihr Wert legt. Ihr seht das jetzt hier, das ist auch ausgefüllt. Und männlich, weiblich, männlich, weiblich, männlich, weiblich und eben auch der Hintergrund als Lucky. Und ansonsten war's, das sieht's eigentlich von meiner Seite aus. Drei gesehen, zwei gefangen, ein Glücks, drei, zwei, eins. Wisst ihr Bescheid. Schuppentier-Pokémon, es kämpft Wackhauen, lässt dabei seine Fäuste fliegen, die von metallenen Schuppen bedeckt sind. Seine Spezialität ist der Kinnhagen. Genial. Nächste Woche dann wieder Max Out Monday. Ich hoffe dann mit einer sicheren Version. Ja, und nicht so ein Rumgegaggel wie heute. Das ist echt, das lenkt so enorm ab vom Reden. Du bist total, ach, ansonsten muss ich's ohne Ton machen alles. Dann hört ihr zwar mich, aber wir wissen nicht, was im Spiel abgeht. So, ansonsten heute Abend auch noch Chill mit Ramses. Und heute Abend auch die große Verlosung von den fünf Shiny Corazonen. Wer noch nicht mitgemacht hat, kann natürlich noch mitmachen. Schaut euch einfach mal um und ansonsten sehen wir uns. Bis heute Abend. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.